Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Humankind, glaube ich, zusammen mit Apfel. Hallo. So, was können wir denn machen? Ihr könnt hier gleich nochmal einen neuen Outpost machen. Brauchtet, müsste zwar ein bisschen laufen, aber das geht schon. Das geht schon. Oh, der rote ist mittlerweile hasserfüllt gegen mich. Ja. Kann man nichts machen. Das geht schon. 2200. 2200. Jetzt habe ich die nächste Runde. Du spkapierst nicht nur eure Alliierten und Fightern, du stlegst über sie. Die Marken, die du auf den världenimmst, wird für alle Postさい genommenstellung. Du hast den Ende eines Ideologie-Axis erreicht. Von all den Epitheten, die andere Empires für dich nutzen können, Wishiwashi wird nicht einer. Ja, es ist gut, dich zu sehen. Komm, wir nehmen dich. Ich habe die City gemerged. Oh, okay. Und? Das einzige, wo ich gerade sehr am Leiden... Oh Gott im Himmel! Oh Gott im Himmel! Uiuiuiui! Uiuiui. Ich muss sehr viele Distrikte für, äh, Essen und Stability bauen. Ich habe auch gerade Essen in Den Haag, hatte ich plötzlich minus 41. Da muss ich jetzt auch mein ganzes Cache da reinballern. Die Stability ist einfach 70 zu 0. Oh. Okay. Ach Gott, hier oben auch. Hier oben... Hier oben geben wir auch die Nahrung aus. Ich bin wenigstens wieder in Sinti-Cat. Ja, ich bin immer noch bei 6 von 5. Oh, warte mal. Ich kann auch hier eine Ressource abbauen. Aha. Die habe ich einfach komplett übersehen. Ähm. Hier sieht es mit Nahrung noch okay aus. Hier sieht es mit Nahrung auch ziemlich schlecht aus. Ich heiße mal auf die Karnition, die musst du jetzt nicht bauen. Glaube ich brauche aber die Wikinger nicht mehr. Wie, du brauchst du nicht mehr? Oh, lol, der Rote hat die Wikinger da unten eingenommen. Glaub nicht, dass ich mit denen noch weiter irgendwas machen will da oben. Hm. So. Bevölkerungszunahme, Bevölkerungsabnahme. Ja, ja, ja. Bewegliche Lettern. Jetzt wird es... Jetzt wird es interessant. Okay, ich habe den nächsten Error Store schon. Jetzt könnte ich rein theoretisch schon gehen. Weil ich habe gerade nichts mehr offen. Oh. Ja, eigentlich, ich kann gar nichts anders machen. Es geht gar nicht anders für meinen, äh, für den Weg, den ich hier gegangen bin. Die Welt wird immer kleiner. Und Schienen. Und Schienen. Es ist so weit. Du wirst nicht, keine Wesentlichen. Also kann man es nicht mehr so weit machen. Und, wenn man es nicht mehr so weitermachen kann, wenn man es in der Hölle kann, dass man es umgegnet, so weitermachen kann. Dann wissen wir, ob die Vergangenheit einiger ist. Hm, okay, interessant. Wie, ich bin dieses Mal nur ein Bystander zu someone else's Glory? Was habt ihr gemacht? Hast du irgendwas erreicht grad? Nee. Okay, cool. Freund, ich glaube, du bist gut. Hmm. Okay, Schienen kann man noch nicht bauen. Aber jetzt kannst du statt Miene, ähm, Fabriken bauen. Da ist ein Träumchen. Dort sind vier Wikinger-Truppen von wahrscheinlich dem Stamm, der nicht mehr existiert. Jungs, was macht ihr da? Gerade noch nichts. Okay. Für meine Epoche, ähm, sind. Ah, okay, weil ich dafür nicht genug erforscht habe. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Richtung Kriegsforschung gehen. Okay. Der Einflüsterer. Dann verlangen Sie seine Verbannung. Wie möchtet ihr hier vorgehen? Hm. Ja. Komm, wir präsentieren Ihnen. Das Volk, das kann das ab. Ah, ich kann endlich ein neues Wunder beanspruchen. Halleluja. Aha. Deine Stadt wird angegriffen? Ja. Warte, warte. Ähm, muss ich gleich schauen. Das ist jetzt gerade Nebensache. Ja. Ah, ja. Ah, ja, Tatsache. Aber die sind schlecht aufgebaut, das ist in der Stadt. Ah, ja, ja. Okay. ist nichts passiert wo sind eigentlich deine Truppen hin zur Grenzsicherung? Andere Grenze Ah ok, das sind die Wandern Ja Ja auch schon Sie sehen immer so ein bisschen die Welt 30 Farmers Quarters ist ziemlich ein Milchstern Wir hoffen, dass die Bevölkerung auch ein bisschen Übungen bekommt Ich überlege gerade ob ich auf den anderen Kontinent mich schleichen soll Wenn du das jetzt schon sagst, dann ist das kein Schleichen mehr Der wo so leer dasteht Der so leer dasteht, Alter Wir hoffen 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 Oh, wieso kann ich hier keine Städte hinzufügen, die mit beim Bauen helfen? Alles schlecht. Dann lassen wir das. Wie können die jede Runde entweder starven oder wieder voll zu essen sein? Das ist eine gute Frage. Okay, das ist gerade ziemlich weird. Okay. 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 Wegen der Lettern. Das ist die Frage. Okay. 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 ok muss gleich wieder fahren es ist es ist es ist es ist es 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 ja würde ich auch so sehen jenseits der meere das Reich steht vor dem Eintritt in die große Ehre des Handels überall werden Waren zu den gelegenen Winkeln transportiert finden jedoch nicht nur auf dem Landweg ihre Abnehmer mittlerweile überqueren Handelsunternehmen ganze Ozeane um Märkte miteinander zu verbinden und staatliche Gewinne einzufahren wie möchtet ihr auf ihre zunehmende Macht reagieren? was soll ich da machen? äh wir besteuern das ganze natürlich haha oiuiuiui ich weiß nicht ob ich mit den gemerchten Cities hier die die Probleme gelöst hast äh ne ich bin nämlich bei minus 16 food ja food wird bei mir langsam sicher auch ein Problemchen ähm 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 Es ist immer ein plass zu sehen lecker zu zu Es war zu lange, Freundin. Jetzt weiß ich's. Wir müssen uns schnell einen Turn machen. Dann ist mein Wunder fertig gebaut. Dann kann ich zufrieden gehen. Warum kannst du nicht auf dieses Boot hier? Müssen wir Landtruppe auf dem Boot setzen, oder? Jetzt! Mein Gott! ... ist so ornate wie das Platz selbst. Cathedral of the Intercession of the Holy Virgin on the note. Jawoll. Neuer Groll verfügbar. Ich mag's, ich hab grad bei dir das Menü aufgemacht. Und du hast gesagt, It's great to see a lovely face in this. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Ich stell mir grad vor, dass du suckst in dieser fucking world. Das ist mein Headcanon jetzt. Alright, gut dann. Gut, dann ist das... Also dann war's das mit der Folge. Lass dir ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei. Morgen wird's nur noch weiter und tschüss. Tschüss! Tschüss! ...